Was ist die X-Planung für einen Flächennutzungsplan mit PostGIS und QGIS? Das ist tatsächlich ein GIS-Thema. Das X in X-Planung steht übrigens für XML und nicht, wie ich vorgehört habe in einem Ohr. Was ist denn das? Das hat das was mit dem X-Server zu tun. Nein, das steht für XML, also nicht für einen X-Server. Kurz für alle zum Hintergrund, was ein Flächennutzungsplan ist. In Deutschland heißt es Flächennutzungsplan, in der Schweiz heißt es, glaube ich, Zonenplan. Und ich bin sicher, in Österreich gibt es etwas Entsprechendes. Stellt die beabsichtigte Bodennutzung des Gebietes einer Gemeinde dar. Gesetzliche Grundlage ist hier das Baugesetzbuch. Der hat eine Lebensdauer von circa 10 bis 15 Jahre. Und dann wird immer geguckt, das müssen wir neu aufstellen, wie soll es weitergehen. In der Stadt Jena wurde 2015 mit einer Neuerstellung begonnen. Ja, früher war die, oder der letzte Flächennutzungsplan, datiert aus dem Jahr 2006, wurde noch komplett mit CAD gezeichnet. Das hatte jetzt im Ergebnis bestimmte Nachteile. Nämlich erstens lässt sich das, was im CAD mal gezeichnet wurde, nicht im GIS irgendwie weiterverarbeiten. Und damit eben auch gar nicht über zum Beispiel WMS oder sowas publizieren. Das wird aber im Zuge von Inspire oder so natürlich interessant, sowas dann auch über WMS anzubieten. Was hat so ein Flächennutzungsplan für einen Inhalt? Ja, da steht im Baugesetzbuch, steht es Darstellungen, Kennzeichnungen und eine Begründung. Okay, eine Begründung, das kann man sich vorstellen, das ist irgendein Text, der beschrieben wird. Darum soll es jetzt nicht gehen. Es soll also mehr um die Darstellungen und Kennzeichnungen gehen. Das ist sozusagen eine Planzeichnung. Und jetzt kommt wieder der Bogen zum CAD. Ein GIS ist eben keine Zeichnung. Ein CAD ist eine Zeichnung und ein GIS ist eben keine Zeichnung. Ein GIS ist eigentlich eine Datenmodellierung. Das heißt, das Ziel der ganzen Übung, die ich jetzt hier vorstellen möchte, ist also eine Datenmodellierung eines Flächennutzungsplans für die Softwarekombination QGIS mit Datenhaltung in PostGIS. Ja, da stellen sich nämlich zwei Fragen. Was und wie, was, welche Inhalte werden überhaupt benötigt für den Flächennutzungsplan? Jetzt ist es natürlich so, jetzt soll der neu aufgestellt werden. Kann man natürlich in den alten reingucken. Was hat man denn an Inhalten drin? Aber letztendlich weiß man natürlich nie im Vorfeld genau, was irgendwie mal reinkommen wird in den Flächennutzungsplan. Ja, das ist also eher das Inhaltliche und das Zweite, das Wie, wie machen wir es technisch überhaupt? Wie modellieren wir die Inhalte? Ja, und als ich eben dann vor dieser Frage stand, wie fangen wir es an, dann habe ich eben mich informiert, gibt es da nicht schon mal irgendwas? Irgendein Datenmodell, was genau das schon tut, nämlich die Inhalte und das Wie zu modellieren? Und da bin ich eben auf diese X-Planung gestoßen. Was ist X-Planung? X-Planung ist ja ein Standard, gibt es schon seit mehreren Jahren in mehreren Versionen. Aktuell Version 4.1. Enthält jetzt alle, enthält ja Objektarten für alle im Zusammenhang mit einem Flächennutzungsplan im Baugesetzbuch vorgesehenen Darstellungen und Kennzeichnungen. Und unter anderem steht da eben, weil es auch für andere Planarten dort Inhalte gibt, die jetzt, oder Objektarten. Sollte ich jetzt aber erstmal, also Regionalplan, Landschaftsplan, Bebauungsplan, das waren die, die mir jetzt einfallen. Das X-Planungsprojekt definiert in erster Linie eben dieses Datenaustauschformat, X-Plan GML, daher auch das X, weil GML ist ja sozusagen ein XML-Dialekt, deswegen auch das X davor. Und es wird schon seit mittlerweile acht Jahren eigentlich zur Einführung empfohlen. Ich kenne aber immer noch niemanden, der es eigentlich wirklich mal benutzt hat. Also, was, welche Inhalte werden benötigt, können wir einen Haken dran machen, das macht das X-Plan für uns. Wie lassen sich die abbilden, modellieren? Also wenn ich GML machen wollte, wäre das auch schon quasi fertig für Postgis und für Googis, da muss ich mir nochmal Gedanken machen. Das wäre jetzt sozusagen die Aufgabe, das ist da eben noch nicht drin. Ja, folgende Aufgaben habe ich dann identifiziert, die ich erstmal dann bearbeiten musste. Das Erste ist, die X-Planung ist also ein objektorientiertes Datenformat. Das heißt, konkrete Objektarten werden von anderen, häufig abstrakten Objektarten abgeleitet. Vererbung nennt man das eben auch. Punkt eins. Punkt zwei, das Datenmodell für den Flächennutzungsplan enthält, das heißt also FP, enthält circa 25 verschiedene Objektarten. Und da habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt für 25 Objektarten Eingabemasken programmieren müsste in Googis als Plugin, und die haben jeweils mehr als 20 oder auch teilweise sogar mehr als 30 verschiedene Attribute und Relationen, dann wird das ganz schön aufwendig, um nur überhaupt diese Masken zu haben. Das heißt, da muss irgendwie eine Lösung her. Und das Dritte, die Objektarten sind häufig als variable Geometrie definiert, aber Googis braucht in einem Layer immer einen Geometrie-Typ. Da steht dann beim X-Plan steht dann Typ Geometrie, variable Geometrie, und dann kann man da eben einfach Punkte, Linien oder Flächen reintun. Das mag im XML auch funktionieren, aber jetzt letztendlich Postgis würde das auch akzeptieren, aber Googis braucht immer eigentlich einen Typ von Geometrie für einen Layer. Das heißt, auch das muss irgendwie gelöst werden, auch dann eben entsprechend im Datenmodell. Gut, Aufgabe 1, also diese Vererbungsfrage, wie kann ich diese Vererbung in der Datenbank abbilden? Habe ich hier jetzt mal ein Beispiel. Das Beispiel wird sich jetzt auch hier sozusagen mein Standardbeispiel jetzt, was ich hier durch alles durchziehen würde. Das ist die Objektart FP-Fair-Entsorgung. Das sind also Fair- und Entsorgungsflächen, Linien, Punkte, Kläranlage, Stromleitungen, sowas gehört da dazu inhaltlich. Diese Objektart hat vier eigene Attribute und Relationen. Die erbt wiederum von FP-Geometrie-Objekt. Zwei Attribute, das ist eigentlich nur das Attribut, wo die Geometrie drin steht, und dann noch, ob es ein sogenanntes Flächenschluss-Objekt ist. Das heißt, das ist eigentlich nicht so wichtig. Dann haben wir FP-Objekt, das heißt, die abstrakte Oberklasse für alle Objekte eines Flächennutzungsplans. Da sind nochmal fünf Attribute und Relationen drin. Und dann die abstrakte aller Ober-Superklasse, XP-Objekt. Die ist sozusagen die abstrakte Oberklasse für alle Objekte in irgendwelchen solchen Plänen. Da sind nochmal 17 Attribute und Relationen drin. Ich habe das hier mal aufgeführt. Das ist jetzt sozusagen aus dem Standard. Ich habe unten ein bisschen was rausgeschnitten, nämlich veraltete Relationen. Das sind sozusagen die ganzen Attribute, die jetzt dieses FP-Verentsorgungsobjekt hat. Und da irgendwie stehen, manche Sachen sind jetzt irgendwie recht eindeutig, was es ist. Bei anderen muss man dann wirklich im Standard nachgucken, was es bedeutet. Kommt jetzt hier auch nicht aufs Einzelne an. Das sind sozusagen die, die jetzt zum XP-Objekt gehören hier oben. Das sind die vom FP-Objekt. Das sind die vom FP-Geometrie-Objekt. Das habe ich gesagt, dieses Position ist einfach diese, hier steht auch XP-Variable-Geometrie. Also das kann irgendeine Geometrie sein. Und diese Flächenschlussgeschichte, also ist natürlich nur bei Flächen sinnvoll, wenn sozusagen alle Flächen des Plans zusammen sich nicht überlappen dürfen. Das würde Flächenschlussobjekt bedeuten. Und hier sind dann die eigentlichen Inhalte, die jetzt zu dem Fähr- und Entsorgungsding gehören. Nämlich, was ist es eigentlich überhaupt? Ist es eben gerade eine Kläranlage oder ein Kraftwerk oder irgend so was? Wie habe ich das gelöst? Nämlich, diese Frage mit dieser Vererbung. Ich habe einfach als Grundregel genommen, eine Objektart ist immer eine Tabelle in der Datenbank. Das heißt, wir haben eine Tabelle für XP-Objekt, wir haben eine Tabelle für FP-Objekt. Und ich muss diese Tabellen dann irgendwie entsprechend verknüpfen. Ja, das ist der dritte Punkt. Die Verknüpfung kann ich erstmal so sagen. Nein, ich mache den zweiten Punkt, weil da steht als zweite. Also die Objektart, also die Attribute, die zur entsprechenden Objektart gehören, die werden immer genau auf der Tabelle definiert, wo sie hingehören. Und eben keine geerbten Attribute. Das heißt, in der Tabelle XP-Objekt gibt es eben genau 17 Attribute und Relationen. Und in der Tabelle FP-Objekt gibt es eben fünf Attribute und Relationen. Und dann habe ich diese Tabellen eben über Fremdschlüssel verknüpft. Das heißt, der Primärschlüssel einer Tabelle ist immer ein Fremdschlüssel auf den Primärschlüssel der jeweiligen Elterntabelle. Ich habe das jetzt hier ein bisschen grafisch mal dargestellt. Wir haben jetzt hier also diese Klasse XP-Objekt. Da sind jetzt nur die Attribute drin, die Relationen, also die Verknüpfungen in anderen Tabellen sind hier teilweise gar nicht dargestellt. Wir sehen ganz oben diesen Primärschlüssel GID. Das ist also dieses gelbe Y, was man wahrscheinlich hinten gar nicht sieht auf weiß. So, dann haben wir hier als nächstes die Tabelle FP-Objekt. Die hat auch wieder einen Primärschlüssel GID. Und der ist eben in einer 1-zu-1-Beziehung mit dem Primärschlüssel aus der XP-Objekt verknüpft. Und das heißt, wenn ich ein FP-Objekt anlege, muss es zwingend ein XP-Objekt geben mit genau demselben Schlüssel. Und genauso ist es dann hier für das FP-Veransorgungsobjekt auch wieder dieser GID-Schlüssel. Und wenn ich das anlege, muss es in den anderen beiden Tabellen auch jeweils einen entsprechen. Also ich habe jetzt hier ein GID-17, das heißt, ich muss hier ein FP-Objekt, auch eine GID-17 haben, einen Datensatz. Und in der XP-Objekt genauso. Hier sind jetzt einfach nochmal kurz diese Relationen dargestellt für diese Zweckbestimmungen. Das sehen wir nachher auch noch, wenn ich kurz in QGIS zeige. Wird das ein bisschen anschaulicher. Ja, die zweite Aufgabe war ja die Frage mit diesem Ausprogrammieren von diesen Masken, mit diesen vielen Objektarten. Und dann vor allem das Blöde ist ja, das wäre ja für jedes FP-Objekt, habe ich ja immer auch diese ganzen Attribute und Relationen von dem XP-Objekt auch mit dabei. Das heißt, ich würde immer wieder dasselbe programmieren müssen oder mir eben überlegen, wie ich das dann da schlau reinbringe. Aber letztendlich ist es eigentlich keine dankbare Aufgabe, diese Masken alle einzeln auszuprogrammieren. Das heißt, ich habe mir die Frage gestellt, wie kann man die Masken automatisiert erzeugen? Dafür habe ich ein Plug-in geschrieben. Das nennt sich Data-Driven Input Mask. Ich habe das auch, ich glaube, 2013 zum ersten Mal vorgestellt. Da muss ich dazu sagen, da war also mit ausschlaggebend, warum ich das entwickelt habe, war wirklich diese Beschäftigung mit dieser X-Planung. Also genau diese Frage, wie kann ich eigentlich, wenn ich immer wieder dieselben Attribute und Relationen in verschiedenen Objekten habe, wie kann ich das denn automatisieren? Hier sieht man jetzt mal die Eingabemaske. Sehen wir nachher auch noch live. Das wäre jetzt halt hier diese, hier sehen wir für jede Elternklasse einen entsprechenden Reiter. XP-Objekt, FP-Objekt, FP-Fair-Ansorgung und dann haben wir unten die FP-Fair-Ansorgung-Fläche. Das kommt gleich mit diesen Geometriefragen. Und hier sehen wir jetzt hier zum Beispiel diese besondere Zweckbestimmung, die wir haben. Was ist das überhaupt? Dritte Frage. Diese variable Geometrie, wie kann man das machen? Dass man eben jetzt hier nur einen Geometrie-Typ pro Tabelle dann hat. Da habe ich jetzt auch nochmal wieder sozusagen Untertabellen gemacht, wieder über diese Primärschlüsselgeschichte mit der Vererbung, die dann nur eine Geometrieart enthalten. Und ja, hier muss ich jetzt, das ist jetzt ein bisschen verwirrend, die erben das Geometrie-Feld über eine PostgreSQL-Vererbung. Da gibt es in PostgreSQL die Möglichkeit, dass Tabellen voneinander erben. Und dann kann man über die Elterntabelle sozusagen alle Objekte von allen Kind-Tabellen auch abfragen. Kurz hier nochmal dargestellt. Das heißt, wir haben jetzt hier immer noch dieses FP-Flächen-Objekt als FP-Linien-Objekt, FP-Punkt-Objekt als eigene Tabellen. Die haben entsprechend das Geometrie-Feld und über diesen Inherits, das wird also bei der Definition der Tabelle, wird hier Inherits geschrieben. Und damit kommen die Felder, die die Elterntabelle hat, werden hier entsprechend in der Kind-Tabelle auch angelegt mit denselben Eigenschaften. Damit habe ich sozusagen drei Tabellen, Punkt, Linie, Fläche, die wiederum über diese Primärschlüssel-Verknüpfung von dieser FP-Fair-Entsorgung erben. Ja, jetzt wollte ich sozusagen das mal kurz zeigen in Live, in Kugis und auch auf verschiedene Sachen noch eingehen. Gut, also wir sehen jetzt hier die, ja das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem in Entstehung befindlichen Flächennutzungsplan. Wir haben hier in Gelb jetzt die Fernentsorgungsfläche, hier ist also, das ist hier ein Kraftwerk, was gleichzeitig noch Fernwärme erzeugt. Das könnte man jetzt sehen, indem man jetzt hier auf dieses Objekt geht. Moment, wo ist meine Aktion? Da. Hier habe ich jetzt diese gerade schon gesehene Eingabemaske. Das war das, was ich eben gezeigt hatte. Das heißt, wir haben jetzt hier als Zweckbestimmung, steht jetzt hier eben Elektrizität und Wärmeversorgung. Ich habe gesagt, das ist ja ein Kraftwerk. Und dann haben wir die besondere Zweckbestimmung. Besondere Zweckbestimmung, ja, Elektrizitätswerk, Fernheizwerk und Umspannstationen scheint auch noch dort zu sein. Und jetzt können wir in die Elterntabellen nochmal reingucken. Das heißt, also in dieser FP-Objekt-Tabelle, da ist eben die Frage, okay, in welchem Bereich gehört es? Im Moment ist noch kein Bereich zugeordnet. Welcher Rechtscharakter ist? Im Moment auch nicht. Aber das wäre jetzt zum Beispiel eine Darstellung, ein Hinweis, eine Kennzeichnung. Also wäre es mit Flächennutzungsplanung. Das ist halt diese Geschichte, was ich gesagt habe, was im Gesetz steht. Und diese ganzen Möglichkeiten kommen eben alle aus der X-Planung. Das heißt, das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich einfach nur implementiert an der Stelle. Was ich noch zeigen oder worauf ich noch hinweisen möchte, ist, dass man hier mit Kugels sehr, sehr viele Möglichkeiten hat, was die Darstellung angeht. Also ich konnte bisher alles umsetzen. Wir sehen hier jetzt aktuell einen Stil, der dem Wunsch bei mir der Stadtplanung entspricht. Die standardisierte Darstellung wäre auch da. Das gibt hier diese Stil XP-Standard. Das wäre sozusagen die standardisierte Darstellung. Und da wird es jetzt nicht über Symbole dargestellt, sondern wenn eben mehrere Elemente drin sind, dann wird das hier reingeschrieben. Man könnte jetzt tatsächlich auch, nein, hier noch die Werte ändern. Sonst was? Ja, ich dachte, er wäre noch aktiv. Ach, der ist nicht sichtbar. Alles klar, dann geht das nicht. Warum ist der denn nicht mehr sichtbar? Ich hatte ihn noch. Genau. Ich würde jetzt einfach hier mal irgendwas rausnehmen an Eigenschaften. Okay, er schreibt ja auch. Ah, ich dachte, er würde ein Symbol hinmachen. Gut, ist egal. Schreibt jetzt also auch das Elektrizitätswerk hin. Aber so gesehen haben wir hier an der Stelle dann gleich auch wieder eine Änderung live in der Darstellung. Ja, bisherige Fazit wäre sozusagen, also inhaltlich haben wir bisher noch nichts gefunden, was wir gebraucht hätten, was man nicht abbilden kann. Also eigentlich bisher noch relativ komplett, aber der Flächen-Nutzungsplan ist noch nicht fertig. Also es kann sicher sein, dass nochmal eigene Erweiterungen nötig werden würden. Glaube ich aber nicht ganz, weil der Flächen-Nutzungsplan ist im Baugesetzbuch schon sehr genau definiert, inhaltlich, was dort überhaupt darstellbar ist. Ja, Sachdaten editieren, habe ich gerade gezeigt, funktioniert einigermaßen mit der Maske. Weitere Punkt, die Planzeichen-verordnungskonforme Darstellung ist eigentlich bisher ganz gut möglich gewesen. Und die Datenerfassung hat sich auch gezeigt, ist eine sehr komplexe Aufgabe. Da war häufig wirklich die Frage von den Bearbeitern, wo, jetzt habe ich hier irgendwas, wo muss das denn hin? Und das ist manchmal auch nicht hundertprozentig klar. Also man muss dann auch so ein bisschen selber nochmal nachdenken, entscheiden, nochmal auch vielleicht im Gesetz nachgucken, was da vielleicht wirklich sinnvoll ist. Oder auch im Standard nachlesen, was das eigentlich sein soll, wobei die Dokumentation da manchmal nicht so umfangreich ist. Was denn eigentlich der Inhalt dort sein soll. Aber hat sich ja gezeigt, ist komplex. Bisher haben wir es immer untergekriegt. Erstmal hat es funktioniert, aber es ist auch eben nicht nebenbei gemacht. Also es ist nicht wirklich, ist nicht trivial. Ja. Was fehlt noch? Also irgendwelche Schnittstellen, gar nicht vorhanden im Moment. Das ist wirklich noch ein großes To-Do. Das, weil eigentlich ist das GML, das X-Plan GML, soll eigentlich ein Austauschformat sein, dass das jeder nimmt das, liest es bei sich ein und kriegt dann, hat dann alle Daten da und kriegt eine sinnvolle Darstellung. Ja, ganz egal, was sie für eine Software einsetzt. Das ist zumindest die Idee von dem X-Plan. Inwieweit die bei überhaupt bei irgendeiner Software wirklich so implementiert ist, weiß ich nicht. Genauso andersrum. Und ja, für Schwarz-Weiß-Darstellung habe ich bisher noch gar keine Stile gemacht. Habe mich also noch nicht drum gekümmert. Das war für uns noch nicht irgendwie relevant. Gut, letzte Folie. Einfach nur mal ein paar Links aufgeführt. Einmal die Homepage von X-Planung, die ist jetzt irgendwie umgezogen. Die ist jetzt nur noch in dem X-Planungs-Wiki letztendlich. Dann die Umsetzung nach PostGIS und das Kugis-Plugin. Das habe ich jetzt erstmal auf mein GitHub-Verzeichnis hingepackt. Also, dass das Plugin ist, noch nicht irgendwie bei den Kugis-Plugins zu installieren, sondern das müsste man sich im Moment dort runterholen und selbst installieren. Die Data-Driven Input Mask ist eben seit ein paar Jahren schon im Plugin-Verzeichnis verfügbar und gibt es aber auch eben auf GitHub, wer das gerne lieber selber sich angucken möchte. Dort gibt es auch, allerdings nur auf Englisch, eine Benutzung. Wobei das an der Stelle nicht relevant ist, weil das macht ja die X-Planung schon. Das wäre es. Gut, vielen Dank für den Vortrag. Haben wir Fragen? Ja. Ja, wir sind als Firma gerade beauftragt worden, den X-Planungs-Standard für Raumordnungsdaten weiterzuentwickeln und in dem Zusammenhang haben wir auch gerade umgesetzt die Abbildung des Modells in Tabellen in PostGIS, also quasi das gleiche, was Sie gemacht haben. Allerdings haben wir die Tabellen mit Vererbung in PostGIS abgebildet. Ich habe jetzt bei Ihrem Vortrag noch nicht ganz verstanden, warum Sie das über relationale Beziehungen abgebildet haben. Mit der PostGIS-Vererbung meinen Sie? Ja. Warum Sie das mit relationalen Strukturen abgebildet haben. Das Problem ist, dass sich dort der Fremdschlüssel nicht mit vererbt. Wenn ich jetzt also in der XP-Objekt habe ich jetzt irgendwie so eine Lookup-Tabelle, also zum Beispiel den Rechtsstand oder was, was ich da gerade gezeigt hatte. Wenn ich das jetzt mit PostGIS-Vererbung vererben würde, dann hätte ich zwar ein Integer-Feld an der Stelle, aber ich müsste den Fremdschlüssel wieder neu definieren. Ja. Und ich brauche den Fremdschlüssel wiederum für die, inhaltlich ist es egal, wenn ich ein Integer-Feld habe, ich schreibe dort den Integer-Wert rein, aber für diese Datenmaske brauche ich das. Dort muss ja der Fremdschlüssel definiert sein, damit dann die Datenmaske entsprechend diese Combo-Box da setzen kann. Hatte ich nämlich ursprünglich auch gemacht. Oder mir überlegt und ausprobiert und dann ist das eben mir genau auf die Füße gefallen. Also die Constraints auf die Felder werden nicht mitvererbt, sondern es wird sozusagen nur der Feldtyp mitvererbt. Und ich glaube, der Not-Null-Constraint, aber jetzt kein Foreign-Key-Constraint. Eine Anmerkung zu der Frage. Es wird auch sehr wenig verwendet für Erbung. Es hört sich gut an, aber es ist mit Nachteilen verbunden. Also es hat aber hier an dieser Stelle, ich habe es ja auch benutzt jetzt für die Geometriefelder, die Vererbung für Postgres. Da hat es dann zum Beispiel den Vorteil, dass man eben, man nimmt einfach diese Tabelle FP Flächenobjekt und wenn ich die direkt benutze, dann kriege ich alle Flächenobjekte, die jetzt irgendwo drin sind in FP. Bei einfachen Tabellen geht das. Oder wo es eben auch benutzt wird, soweit ich weiß, ist, wenn ich eben viele Datensätze habe und die anfange aufzuteilen in mehrere Tabellen, einfach aus Performance-Gründen, kann ich, wenn diese Tabellen, ich teile die in zehn Tabellen auf, die sozusagen immer von der Obertabelle erben, und kann aber letztendlich, indem ich nur die Obertabelle abfrage, trotzdem auf alle Datensätze, weil ich weiß ja nicht, wo ein bestimmter Datensatz vielleicht gelandet ist. Also da weiß ich, dass auch benutzt wird. Aber sonst auch nicht so viel. Haben Sie alle Kardinalitäten größer 1 umgesetzt, weil da kommt man ja leicht zu ganz viel Mehrtabellen unter Umständen. Ja, das sind die ganzen Relationen. Das hat man in einem Folie ja gesehen. Moment, ich gehe nochmal zurück. Das sind ja diese N-zu-N-Beziehungen. Wir haben hier diese Zweckbestimmung, oder da ist die Zweckbestimmung, und hier ist dann die Verknüpfungstabelle. Ja, das sind schon sehr viele Tabellen geworden. Was ist die Gesamtanzahl bei dem Applikationsschema im relationalen Modell dann? Weiß ich nicht. Müsste ich reingucken. Ich müsste jetzt hier in die Datenbank reingucken. Können wir nachher vielleicht. Aber das geht schon, also jetzt allein für den Flächennutzungsplan geht das sicher über 100 Tabellen. Noch ein Hinweis zur Vererbung. Wir haben ALKIS umgesetzt, die Datenbankstruktur für vier Datenbanksysteme. Wir haben das ganz anders gemacht. Wir haben das XML-Schema automatisiert eingelesen, lösen dort die Vererbung auf und schreiben dann automatisiert das SQL-Schema, das Datenbankschema raus, sodass wir dann also eine Tabelle haben, in der alle geerbten Attribute auftauchen. Okay, kann ich jetzt nicht ganz vorstellen, aber... Ja, also zum Beispiel bei Ihrem Beispiel, die Vereinssorgungsfläche ist eine Tabelle, die dann aber alle Attribute enthält, auch die ererbten. Aber das Ganze eben automatisiert aus dem XML-Schema raus abgeleitet. Ja, hatte ich auch mal überlegt, aber dann würden die Tabellen noch mal deutlich, deutlich größer. Und ich kann, auf der anderen Seite, kann ich dann eben nicht auf den Oberobjekten, zum Beispiel auf den Elternobjekten, was suchen. Ich kann dann ja nur, ich muss dann ja wissen, wo sich was drin befindet. Das ist bei Alkis, bei Alkis wahrscheinlich auch deutlich einfacher, weil es ja nicht so viele verschiedene, so viele verschiedene Klassen gibt. Aha, da täuschen Sie sich. Also wir haben dann noch angefangen, die Tabellen zusammenzufassen. Wir haben dann noch angefangen, die Tabellen wieder zusammenzufassen, die durch Vererbung sehr ähnlich sind, weil wir einschließlich Wertetabellen, also was Sie für die Combo-Boxen brauchen. Sowas haben wir auch auf weit über 1500 Tabellen gekommen. Okay, ich bin zurück. Ja, auch nochmal ein Hinweis von uns oder von mir. Wir haben im Moment gerade das Gleiche, was Sie gemacht haben, nämlich die Alkis-Struktur, auch in Postgres umgesetzt, und zwar um den OGR-Konverter verwenden zu können, zum Einlesen von NRS-Daten. Das beantwortet auch Ihr eines To-Do. Wie kriegen wir aus GML, das wird in Postgres eingelesen, dazu kann man OGR verwenden. Und das machen wir jetzt gerade für das AAA-Modell und wollen das Konzept, die Generierung des Datenschemas, was OGR benutzt, auch generisch ableiten aus dem UML-Schema. Das würde dann also für X-Plan funktionieren und auch für AAA funktionieren. Das läuft quasi, oder wird beschrieben, im NRS-PostNAS-Projekt. Gut, gibt es noch irgendeine Frage? Ja, dann nochmal vielen Dank.